Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video befasse ich mich mit sogenannten Hysterese-Kennlinien, wie sie oft auch in Zweipunktreglern benötigt werden. Ich werde das Ganze an einem Beispiel erläutern und zwar an einer Füllstandsregelung, die mit einem Zweipunkt regler realisiert werden soll. Die Situation ist so, dass ich hier einen Wasserbehälter habe, aus dem ich Wasser entnehmen kann. Ist das Ventil geöffnet, so gehe ich nun davon aus, dass 600 Liter pro Minute abfließen. Ist die Pumpe eingeschaltet, so gehe ich davon aus, dass 900 Liter pro Minute zufließen. Nun ist es ja so, dass beim Öffnen dieses Ventils das Wasser abfließt und der Füllstand damit sinkt und irgendwann soll dann natürlich die Pumpe zugeschaltet werden, um den Behälter wieder aufzufüllen. Nach Möglichkeit soll der Wasserstand sich genau auf dieser Höhe, auf der Sollhöhe, befinden. Es lässt sich aber nicht hundertprozentig realisieren, dass der Wasserstand genau diesen Wert hat. Denn das würde bedeuten, dass beim geringsten Absinken unterhalb dieses Sollwertes die Pumpe wieder zuschalten würde und beim geringsten Übersteigen dieses Sollwertes die Pumpe wieder abschalten würde. Das würde in vielen Fällen dazu führen, dass die Pumpe permanent ein- und ausgeschaltet wird. Das würde den Stromkreis stark belasten, der die Pumpe ein- und ausschaltet. Das würde die Pumpe selber sehr stark belasten und das würde auch die Wasserzuleitung zu diesem Behälter sehr stark belasten. Das kommt also tatsächlich in den meisten Fällen nicht in Frage, dass man hier mit einer einfachen Regelung einen Wert sehr exakt einhält. Die ganze Situation kann man übrigens auch auf Heizungsanlagen und viele weitere Beispiele übertragen. Die Aufgabe ist nun also die, dass die Pumpe eingeschaltet ist, wenn der Wasserstand sich unterhalb von E2 befindet und ausgeschaltet ist, wenn er sich oberhalb von E1 befindet. Das ist aber nun, wenn sich der Wasserstand zwischen diesen beiden Füllstandsmeldern befindet. Dazu betrachte ich nun folgendes Bild. Hier habe ich zwei Zustände für die Pumpe eingetragen, nämlich den Zustand aus. Das ist ja dann, wenn sich der Wasserstand oberhalb dieser Linie befindet, dann ist die Pumpe eindeutig aus und ein. Das ist dann der Fall, wenn sich der Wasserstand unterhalb dieser Linie befindet. Dann muss die Pumpe laufen. Nun ist es aber tatsächlich so, dass zwischen diesen beiden Höhen es nicht eindeutig ist, ob sich die Pumpe im eingeschalteten oder ausgeschalteten Zustand befindet. Denn wenn der Wasserstand ausgehend von hier unten steigt, weil die Pumpe eingeschaltet ist, so soll ja nun nicht sofort wieder abgeschaltet werden, wenn diese Linie erreicht wird, denn es ist ja noch nicht mal der Sollwert erreicht, sondern es soll der Wasserstand weiter steigen, bis ich zu diesem Niveau komme. Das heißt, ausgehend von hier unten soll die Pumpe nun eingeschaltet sein. Ist nun dieses Niveau hier oben erreicht und die Pumpe ausgeschaltet, so soll sie bei absinkendem Wasserstand nicht sofort wieder einschalten, sondern erst beim Erreichen dieser Niveaulinie. Das heißt, in diesem Bereich kann die Pumpe ein- oder ausgeschaltet werden. Das hängt davon ab, welchen Zustand sie zuvor hatte. Und das führt nun dazu, dass für den Fall, dass der Wasserstand sich in diesem Bereich befindet, die Anlage einen Zustand hat, der von der Vergangenheit abhängig ist. Und damit muss sie in irgendeiner Form eine Information gespeichert werden. Aus dieser Erkenntnis heraus ergibt sich nun die sogenannte Hysterese-Kennlinie, wie sie für einen Zwei-Punkt-Regler typisch ist. Schauen wir uns das Verhalten dieser Kennlinie an. Wir sehen hier auf dieser Achse abgetragen den Zustand der Pumpe, ob sie denn ausgeschaltet ist, hier oben, oder ob sie denn eingeschaltet ist, hier unten in diesem Fall. Und wir sehen den Füllstand des Behälters, der in diese Richtung größer wird. Bei E1 ist ja der Füllstand höher als bei E2. Ich gehe nun davon aus, dass der Wasserstand sehr niedrig ist. Damit befinde ich mich an dieser Stelle. Die Pumpe ist eingeschaltet, der Wasserstand wird nun höher und soll nicht an dieser Stelle bei E2 schon umgeschaltet werden, sondern erst beim Erreichen des Zustandes E1 ändert sich der Zustand der Pumpe von ein auf aus. Nehmen wir an, der Wasserstand wird jetzt noch ein wenig höher. So wandere ich auf dieser Kennlinie hier entlang. Jetzt gehe ich davon aus, dass der Wasserstand wieder niedriger wird. Und somit wandere ich auf dieser Kennlinie wieder nach links. Ich darf allerdings nur nicht hier abzweigen, sondern der Weg geht eindeutig hier entlang auf der roten Kennlinie weiter bis zum Erreichen von E2. Und jetzt wird die Pumpe wieder eingeschaltet. Bei dieser Kennlinie ist es nun so, dass in diesem Bereich ein eindeutiger Zustand vorherrscht, nämlich die Pumpe ist eingeschaltet. Auch hier hinten in diesem Bereich ist der Zustand eindeutig, die Pumpe ist ausgeschaltet. Jedoch ist es in diesem Bereich nicht eindeutig, ob die Pumpe ein- oder ausgeschaltet ist. Denn das hängt nun davon ab, aus welchem Zustand ich komme. Vom niedrigen Wasserstand, so ist die Pumpe auch in diesem Bereich eingeschaltet. Vom hohen Wasserstand, so ist die Pumpe in diesem Bereich ausgeschaltet. Die Kennlinie ist in diesem Bereich also zweideutig. Wie lässt sich das Ganze nun realisieren? Genau das zeige ich nun anhand einer Verknüpfungsschaltung. Ein kleiner Hinweis auf ein älteres Video hier oben, in dem ich das Ganze mit einem Flipflop realisiert habe. Nun aber zu der Verknüpfungsschaltung. Wir sehen hier das Schutz K1. Sobald die Schutzspule unter Spannung steht, wird der Kontakt K1 geschlossen und die Pumpe läuft an. In der Realität möglicherweise ein Drehstrommotor, das ist aber hier nicht von Interesse, deshalb hier ganz einfach als Wechselstrommotor ausgeführt. Wir sehen die beiden Melder für den Wasserstand e1 und e2. Beides sollen Öffner sein, die dann, wenn sie unter Wasser stehen, geöffnet sind. Gehe ich nun davon aus, dass der Wasserstand sich hier oben befindet, so sind ja beide Melder unter Wasser, so dass ich nun hier davon ausgehen muss, dass beide Öffner geöffnet sind, die Spule also keine Spannung bekommt. Das würde bedeuten, dass ich mich in der Hysterese-Kennlinie an dieser Stelle befinde. Wird nun der Wasserstand absinken, wie gesagt, die Schalter sind offen, so wird bei Erreichen dieser Niveaulinie E1 wieder geschlossen. Das Schutz bekommt aber noch keine Spannung, da auch weiterhin E2 offen ist. Wir befinden uns in der Hysterese-Kennlinie an dieser Stelle. Der Wasserspiegel sinkt weiter ab. Das ist die Situation, die ich gerade beschrieben habe. Wir sind nun in dem Bereich zwischen E1 und E2. Der Wasserspiegel sinkt weiter ab. Wir erreichen diese Stelle, also E2. Der Schalter war bisher offen. Er schließt jetzt, da er nicht mehr unter Wasser steht. Somit sind beide Öffner jetzt geschlossen. Die Schützspule zieht an, schließt die Verbindung zum Motor, so dass dieser anfängt zu laufen und hält sich über K1 selbst. Beide Schalter sind jetzt geschlossen. Die Pumpe fördert wieder Wasser in den Behälter. Der Wasserspiegel steigt wieder an. E2 wird wieder unter Wasser stehen. Das bedeutet nun wiederum, dass der Schalter E2 sich wieder öffnet. Da er aber über die Selbsthaltung von K1 kurz geschlossen ist, wird die Schützspule weiterhin mit Spannung versorgt. Die Pumpe läuft weiter. Das speichernde Verhalten dieser Schaltung steckt im Zusammenspiel von K1 und dem Melder E2. Die Selbsthaltung überbrückt E2, wodurch die Pumpe eben nicht sofort wieder abgeschaltet wird. Erst dann, wenn der Wasserspiegel weiter steigt, wird beim Erreichen des Niveaus von E1 auch dieser Öffner wirklich wieder öffnen und das Schütz fällt ab. Dieser Kontakt geht auf und die Pumpe läuft nicht mehr. In der Hysterese-Kennlinie erkennen wir das an dem grünen Verlauf. Beim Erreichen des Niveaus E2 wird eben noch nicht die Pumpe ausgeschaltet, sondern erst dann, wenn E1 wieder erreicht wurde und damit bin ich wieder im alten Zustand und wenn ich so will, kann das Spielchen nun von vorne beginnen. Gegen Ende des Videos möchte ich nun darauf hinweisen, dass die hier eingezeichnete Hysterese-Kennlinie, so haben wir sie benutzt, auch in anderer Weise aufgezeichnet werden kann. Ich habe in diesem Fall den Auszustand nach unten gesetzt, im Gegensatz zu dieser Variante und den Einzustand nach oben. Ich bin dann auch hergegangen und habe den Füllstand nicht in diese Richtung anwachsen lassen, sondern er wird in diese Richtung niedriger. Dann sieht die Hysterese-Kennlinie so aus, wie wir sie hier sehen. Ich bin hier oberhalb des höchsten Wasserstandes. Die Pumpe ist aus. Jetzt erreiche ich den niedrigsten Wasserstand. Die Pumpe geht an. Sie bleibt auch dann an, wenn der Wasserstand noch etwas höher wird. Und erst beim Erreichen von E1 geht es über diesen Weg zurück und die Pumpe schaltet wieder ab. Zusammenfassend kann ich nun also feststellen, dass durch diese Zwei-Punkt-Regelung, die mit zwei Sensoren arbeitet, es vermieden wird, dass die Pumpe um den Soll-Zustand herum andauernd ein- und ausgeschaltet wird. Das erreiche ich mit dieser Hysterese-Kennlinie, die ich in diesem Fall mit einer Schütt-Schaltung realisiert habe. Ja, soweit zu diesem Thema. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich selber einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.